Hallo liebe Viertklässler, willkommen auf unseren gedanklichen Spaziergang durch einen ganz normalen Schultag. Kommt mit, es geht los. Tja, zuerst einmal werdet ihr etwas früher aufstehen müssen. Der Wecker klingelt, raus aus den Federn. Frühstück, rein in die Klamotten und ab zum Bus. Ja, ihr hört richtig, die meisten von euch fahren nun mit dem Bus. Bitte alle anschnallen, an die Realschule angekommen, drücken und schieben sich alle aus dem Bus. Und es ist ein großes Gewusel, vor und in dem Schulgebäude. Natürlich wird auch hier nicht gerannt, ihr kennt's ja. Am Anfang wird das Gebäude noch unbekannt, verwirrend und vielleicht noch etwas angsteinflößend sein. Aber glaubt mir, da mussten wir alle durch. Und schon nach ein paar Tagen lauft ihr, wie selbstverständlich, vom Physiksaal, ja Physiksaal, zum Klassenzimmer. Wenn ihr nun also am Klassenzimmer angekommen seid, ihr euren Platz gefunden und die neuesten Geschichten ausgetauscht habt, dann läutet es auch schon mal. Diejenigen, die aus kleinen Schulen kommen, werden verwundert sein. Hier läutet es zur Pause und der Gong beendet den Unterricht. Und schon geht es los. Von Schuljahr zu Schuljahr lernt ihr Neues. Und ehe ihr euch verseht, ist die Schulzeit auch schon um. Also, lasst euch auf das Abenteuer Realschule ein. Bis bald. Hey, schön, dass du da bist. Die Realschule Horb ist eine offene Ganztagesschule. Das heißt, dass du an einzelnen Tagen oder von Montag bis Donnerstag betreut wirst. Mittagessen bekommst du zum Beispiel in unserer Mensa. Unterstützung bei den Hausaufgaben bekommst du von unserer Hausaufgabenbetreuung, bei der eine Lehrkraft und Schüler der Klassen 9 und 10 dabei sind. Brauchst du Nachhilfe in Deutsch, Mathe, Englisch? Dann helfen dir unsere ausgebildeten Schülermentoren. Bei uns gibt es noch viele weitere AGs, wie die Bienen AG, in der der schuleigene Honig hergestellt wird, die Trampolin AG, der Funpark oder die Spanisch AG und vieles mehr. Wir freuen uns auf dich. Hello and welcome. Liebe Viertklässler, hier an der Realschule Horb gibt es auch den Billizug. Im Billizug werden die Fächer Geografie und Geschichte ab Klasse 5 und die Fächer Musik und Kunst ab Klasse 6 auf Englisch unterrichtet. In den Fächern, die auf englische Sprache unterrichtet werden, steht der Inhalt immer über der Sprache. Das heißt, solange der Inhalt stimmt, steht die Sprache im Hintergrund und wird nicht bewertet. Die Themen sind die gleichen, nur auf Englisch. Wer ist für den Billizug denn geeignet? Eigentlich jeder. Super wäre, wenn du zwei Sachen mitbringen könntest. Erstens, Spaß an den Sachfächern und zweitens, Freude an der englischen Sprache. Außerdem gibt es mit dem Realschulabschluss in Klasse 10 ein exklusives Billizertifikat, welches euch bescheinigt, dass ihr am bilingualen Unterricht teilgenommen habt. Kommt in den Billizug! Ein Fach, auf das du dich total freuen kannst, ist BNT. BNT steht für B wie Biologie, N wie Naturphänomene und T wie Technik. In diesem Fach werden Pflanzen, Tiere und der Mensch behandelt und viele Fragen von Natur beantwortet. Und wenn du wie ich Tiere magst, kommst du im BNT-Unterricht voll auf deine Kosten. Du erfährst viel über Haustiere und lernst die verschiedensten Wildtiere kennen. Richtig cool ist es, wenn zum Beispiel beim Thema Hund unser Schulhund Alka mit in den Unterricht kommt. Außerdem machst du jede Menge Experimente und sogar einen Führerschein, nämlich den Brennerführerschein. Hast du gewusst, dass es drei verschiedene Flammenarten beim Gasbrenner gibt? Und wenn du die Prüfung bestehst, darfst du vielleicht auch wie wir zur Klassenweihnachtsfeier Tee mit dem Gasbrenner zubereiten. Später in der sechsten Klasse kannst du dann im Technikraum praktisch arbeiten und Werkstücke aus Holz herstellen. Natürlich muss man im BNT-Unterricht viel lernen, aber wenn man aufpasst, ist es ganz einfach und man bekommt oft gute Noten. Bist du neugierig geworden? Glaub uns, BNT ist ein echt cooles Fach. In der Realschule Horb bereiten wir dich auf das echte Leben vor und helfen dir, deinen Traumberuf zu finden. Im Fach Wirtschaft machen wir dafür Berufs- und Studienorientierung. Dabei arbeiten wir mit zahlreichen bekannten Unternehmen aus der Region zusammen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir gemeinsam zu den Unternehmen fahren und uns diese anschauen. Außerdem darfst du bei Praktika und Workshops selbst anpacken und coole Dinge herstellen. Damit du genau weißt, wie es nach der Realschule weitergehen soll, darfst du einen Fragebogen ausfüllen, der dir am Ende sagt, welcher Beruf perfekt zu dir passt. Um ganz sicher zu gehen, kommen auch Experten vorbei, die sich ganz allein für dich Zeit nehmen, um die richtige Ausbildung oder das richtige Studium zu finden. Studium? Du hast schon richtig gehört. Nach der Realschule kannst du nämlich auch auf das berufliche Gymnasium gehen. Dort hast du dann drei Jahre Zeit, um dein Abitur zu machen, mit dem du an wirklich allen Universitäten studieren gehen kannst. Weil wir unsere Schülerinnen und Schüler so gut bei der Berufswahl unterstützen, wurden wir sogar mit dem Boris-Berufswahl-Siegel ausgezeichnet. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, willkommen im Fach IT bei uns an der Realschule Hopp. Im IT-Unterricht werdet ihr das Arbeiten mit dem Computer kennenlernen. Damit startet ihr schon in Klasse 5. In IT lernt ihr, wie ihr an einem Computer Texte schreibt, wie ihr eure Dokumente schön geordnet auf dem Computer speichert, so dass ihr sie in der nächsten Stunde auch wiederfindet. Mit dem Programm PowerPoint lernt ihr, eine kleine Präsentation zu erstellen. So könnt ihr zum Beispiel am PC einen Steckbrief über euer Lieblingstier entwerfen. In den Computerräumen stehen natürlich auch Drucker, so dass ihr die Sachen, die ihr im IT-Unterricht erarbeitet habt, auch direkt ausdrucken könnt. Insgesamt gibt es an unserer Schule drei große Computerräume. Die sind so groß, dass eine ganze Schulklasse hineinpasst und jeder Schüler an seinem eigenen Computer sitzen kann. Und dann gibt es noch einen etwas kleineren Computerraum. Der ist richtig gut versteckt, sozusagen unser Geheimcomputerraum. Wenn ihr mal zu uns kommt, könnt ihr euch ja mal auf die Suche machen, ob ihr diesen Geheimraum findet. Ab Klasse 7 gibt es an der Realschule dann das Fach Informatik. Hier erfahrt ihr, wie ein Computer aufgebaut ist, wie ein Computer arbeitet und wie das Internet überhaupt funktioniert. Bestimmt gefällt es euch, wenn ihr hört, dass ihr in Informatik sogar die Möglichkeit habt, euer eigenes kleines Computerspiel zu programmieren oder ein Roboterauto zu steuern. Wir freuen uns auf euch! Ab der 7. Klasse hast du dann Technik, AES oder Französisch. Du kannst dir also das Fach aussuchen, das dir am meisten Spaß macht. In dem Fach Technik darfst du mit Sägen, Bohrmaschinen, Lötkolben, CAD-Fräsen und Mikrocomputern verschiedenste Werkstücke herstellen. So baust du zum Beispiel in Klasse 7 deinen eigenen Klappstuhl und ein Werkstück aus Kunststoff. Du wirst häufig praktisch arbeiten, aber ab und zu auch dein Wissen aus den Fächern Mathe und Physik anwenden müssen. Das Fach AES. AES ist die Kurzform von Alltagskultur, Ernährung und Soziales. Man kann das Fach ab der 7. Klasse wählen. Im Fach AES wird viel in der Küche oder auch mit der Nähmaschine gearbeitet. In der Küche experimentieren wir viel mit Lebensmitteln. Wir lernen, wie man diese richtig schneidet, um sie anschließend in ein leckeres Gericht zu verwandeln. Dadurch lernen wir gleichzeitig, was gesundes Essen ist. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle für uns. Da viele von uns das erste Mal mit Nähmaschinen in Kontakt kommen, werden alle Sicherheitsmaßnahmen davor besprochen. Außerdem macht das Nähnen sehr viel Spaß, da wir jeden Schritt gemeinsam durchgehen, sodass es jeder versteht und seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Zusätzlich wird die Teamarbeit gefördert, sodass jeder seine Schwächen und Stärken erkennt. Salut les Élèves! Je m'appelle Madame Muller et je suis prof de français. Ça va? Ja, ihr habt richtig gehört. Auch an der Realschule wird Französisch gesprochen. Ab Klasse 6 habt ihr die Möglichkeit, in zwei zusätzlichen Wochenstunden erste Erfahrungen mit der französischen Sprache zu machen und kleinere Alltagssituationen zu bewältigen. Ihr könnt euch beispielsweise vorstellen oder eure Schulsachen auf Französisch einkaufen. Dann entscheidet ihr euch in Klasse 7 für ein Wahlpflichtfach. Und das könnte auch Französisch sein. In den jetzt drei Wochenstunden lernt ihr, euch über die Schule und natürlich die Ferien zu unterhalten und im Restaurant das Essen zu bestellen. Und dass ihr das könnt, stellt ihr schliesslich in der Abschlussprüfung in Klasse 10 unter Beweis. Alors, à bientôt et au revoir!